Heute bei den Science Cops. Heilung mit Blumen. Die Bachblütentherapie ist eine sehr sanfte Methode, die über die Seele auf unseren Körper wirkt. Das ist das Versprechen vieler Heilpraktiker und Ärzte. Die Bachblütentherapie. Stopp Markus, das heißt Batchblütentherapie. Ja, aber die Alte sagt auch Bachblütentherapie. Ja, das ist trotzdem falsch. Das heißt Batchblütentherapie. Mann, ey. Also ihr seid echt ein paar Klugscheißer, ey. Das hat damit nichts zu tun. Das heißt einfach so Batchblütentherapie. Ja, gut, 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 gut. Okay, die Batchblütentherapie. Helfe bei zahlreichen Leiden, besonders aber bei Stress, Unruhe, Angst und Panik. Einfach mal ausprobieren. Manche Menschen reagieren sensationell auf Bach. Gibt es Belege für die Wirkung der vermeintlichen Blütenenergie? Oder werden Patienten mit blumigem Blödsinn mal wieder in die Irre geführt? Wissenschaftlichen Unfug aufzudecken ist Aufgabe der Quarks Science Cops. Maximilian Döckel und Jonathan Focke. Das sind ihre Fälle. Cherry Plum White Chestnut Holly Clematis Water Violet Wie schön. Diese wundersame Welt der Blüten wollen wir euch heute entführen. Willkommen bei den Quarks Science Cops, eurem Podcast zur Aufklärung von unwissenschaftlichem Unfug. Ja, kommt nach dem Bach jetzt mal aus. Ja, das Thema der heutigen Folge ist, wieder ein Wunsch von euch, Bachblüten und die Rescue-Tropfen, diese Rescue-Tropfen auf Basis von Bachblüten sind immerhin, wenn man dem Hersteller glauben darf, das meistverkaufte, beziehungsweise meistdistribuierte Mittel gegen Stress und Schlaflosigkeit weltweit. Ja, wobei, da muss ich jetzt mal eben reingehen, wie gerade beim Markus auch, Bachblüten ist schon der erste Fehler, ne? Denn in Wirklichkeit heißt es, wie wir gerade schon gehört haben, ja, Batchblüten. Ja, das war für uns die erste Erkenntnis dieser Ermittlungen, warum das so ist, erklären wir euch gleich. Es hat jedenfalls nichts mit Blüten zu tun, die am Ufer eines Baches wachsen. Was ich ehrlicherweise immer gedacht habe, das war so meine Vorstellung, ne? Da fließt so ein Bach, wie wir es gerade gehört haben auch und dann stehen da diese Blüten am direkten Ufer. Ja, und dann geht irgendwer dahin und dann sammelt der die ab und dann hat das heilende Wirkung. Klingt schön, natürlich, ja, idyllisch, Kraft der Natur und so. Die Batchblüten-Therapie hat jedenfalls viele Fans und vor allen Dingen Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker preisen diese Therapie an, wie hier zum Beispiel eine Heilpraktikerin auf YouTube. Es ist immer unglaublich, wie das funktioniert. Wirken tun sie manchmal sofort, man kann sie begleitend einsetzen und manche Menschen wie ich, die tun ihr Leben lang Batchblüten nehmen, weil es immer irgendetwas gibt, was es noch zu verbessern gibt oder es ist irgendwie eine neue Situation. Ja, und da gibt es bei mir jeden Tag Batchblüten. Manchmal sofort, manchmal vielleicht auch gar nicht. Ja, auf jeden Fall die Medizin für jeden Tag, für jede Situation. Batchblüten sollen vor allem bei psychischen Leiden, wie Angst, Stress, innerer Unruhe und so weiter helfen und damit dann auch vor körperlichen Leiden schützen. Ja, wenn man quasi seelisch gesund ist, dann wird man auch so nicht krank, so die Idee. Und das von uns so geschätzte Zentrum der Gesundheit schreibt auf seiner Seite, Zitat, Bachblüten bzw. Batchblüten helfen, dass innere Gleichgewicht wiederherzustellen, energetische Blockaden zu lösen und Krankheiten vorzubeugen und Gesundheit zurückzuerhalten. Ich bin mal gespannt, wie oft wir aus Versehen dieser Folge noch Bachblüten sagen, statt Batchblüten. Das sagen wir auch einfach Bachblüten. Nee, wir machen das schon richtig hier. Jedenfalls klingt dieses Versprechen total toll, aber ehrlich gesagt auch ganz schön sonderbar. Also, was hat es jetzt wirklich mit den Batchblüten auf sich? Wie sollen sie wirken? Sind die vollmundigen Versprechen der Heilpraktiker durch irgendwelche wissenschaftlichen Belege gedeckt? Und wie heißt es denn nun? Ja, und warum vor allen Dingen? Warum denn nicht einfach Bachblüten? Ja, diesem Mysterium gehen wir jetzt auf den Grund. Unsere Batchblütenermittlungen, jetzt geht's los. So, jetzt haben wir das Mysterium, den Namen richtig schön aufgebaut. Aber wir sind da bei der Recherche auch echt etwas in Stolpern geraten. Das fing eigentlich alles so einfach an. Denn nee, diese Blütentherapie hat ihren Namen nicht von irgendwelchen malerischen Gebirgsbächen oder so, sondern vom Erfinder, einen gewissen Edward Batch oder, naja, Bach, der von 1886 bis 1936 in England lebte und wirkte. Ja, und weil der Herr eben Engländer war, liegt Batch irgendwie nahe. Und wenn man auf Wikipedia geht, egal ob die deutsche oder die englische Wikipedia-Variante, dann hört man da auch als Sprachbeispiel das hier. Ja, Batch. So, eigentlich also, eigentlich easy. Bei Wikipedia gibt's aber auch immer so eine Diskussionsseite, ne? Und da geht es sowohl auf der englischen als auch in der deutschen Version. Obwohl es wirklich viel gibt, über das man bei Batchblüten vielleicht diskutieren könnte. Eigentlich geht's nur darum, wie wird der Name denn nur richtig ausgesprochen? Ja, ja. Diese Diskussion, die ist so nerdig und wir wollen euch nicht langweilen. Das ist auch fast schon ein bisschen peinlich, aber wir fanden diese Diskussion dann doch irgendwie ziemlich interessant. So, deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt mal einen kleinen Ausflug in die Phonetik. Es gibt dieses Mal auch ehrlicherweise hinten raus nicht so viel Wissenschaft. Da können wir jetzt ein bisschen vorher noch über Phonetik reden. Also dieser CH-Laut kann im Englischen auf drei verschiedene Arten und Weisen ausgesprochen werden. Er wird aber selten wie bei uns im Deutschen ausgesprochen, weil es ja diesen CH-Laut im Englischen kaum gibt, also dieses R, da fällt den Engländern die Aussprache oft schwer. Ja, und deswegen nimmt man ja auch oft, wenn man, wenn man, sag ich mal, diesen englischen Akzent, diesen amerikanischen Akzent etwas nachahmen will, dann nimmt man ja dieses K, ne? Johann Sebastian Buck. Buck. Als Beispiel, jetzt schlechter amerikanischer Akzent, das tut mir leid. Wirklich nutzen würdest du diesen K-Laut aber eigentlich nur, wenn es sich, also um ein richtig originäres englisches Wort handelt, was im englischen Sprachgebrauch so benutzt wird, wenn es sich um ein Wort handelt, das ursprünglich mal aus dem Griechischen kommt. Also zum Beispiel Chemistry. Griechische Wörtherkunft, auch im Englischen verwendet, dann als K. Bei Lehnwörtern aus dem Französischen wird das CH hingegen eher wie so ein SCH ausgesprochen, ja? Machine zum Beispiel. Die Standardaussprache für ein CH im Englischen ist aber so ein CH, ja? Change, Arch, Branch, Much. Was ja dann erstmal dafür sprechen würde, dass der Name von Herrn Edward Bach tatsächlich Batch ausgesprochen wird. Ja, dachten wir auch erst. So, und dann kommt das nächste Problem, denn Edward Batch, Bach, was auch immer, hatte wohl walisische Vorfahren. Und tatsächlich scheint der Name Batch aus dem Walisischen zu stammen. So, das Walisische hat mit dem Englischen aber ungefähr so viel zu tun wie ein Stück Erdbeertorte mit dem Döner, ja? Ich kann das ein bisschen aus Erfahrung... Du weißt, ganz lecker, aber dann schmeckt halt unterschiedlich, ne? Und ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe eine Zeit lang in Wales tatsächlich gelebt, du kannst die besten englischen Sprachkenntnisse haben, du verstehst halt nichts. Also Walisisch ist eine eigene Sprache, ist eine keltische Sprache, die vollkommen anderen Regeln gehorcht. Das Deutsche ist näher am Englischen dran als das Walisische. Ja, und darum würde im Walisischen Bach dann eben tatsächlich Bach ausgesprochen. Bach, ja. Wobei, und das ist ja das grundsätzliche Problem, Namen nicht immer so den gängigen Regeln der Sprachgestaltung folgen müssen. Das stimmt, und darum müsste man vermutlich wirklich ganz tief in die Geschichte gehen, um zu schauen, wie lange denn die Familie von Edward Bach oder Batch schon in England gewohnt hat und was da richtig wäre. Man kann aber noch was anderes machen. Man kann mal schauen, wie er sich selbst genannt hat. So, und da ist es ein bisschen schwierig. Informationen dazu gibt es jetzt erstmal nicht so richtig offen zu finden, aber das Batch Center, eine von einer Stiftung finanzierten Institution, die sich seinem Nachlass widmet, kommen wir gleich nochmal genauer zu. Diese Stiftung gibt es jedenfalls, dieses Batch Center, und die informieren über das Leben von Edward Bach. Und das machen sie momentan nicht mehr auf ihrer Webseite gerade, aber wenn man dieses Internet Archive benutzt, um in die Vergangenheit der Webseite zu gucken, dann findet man ein FAQ, und in dem schreiben sie dann, dass seine Familie den Namen eigentlich Batch ausgesprochen hätte. Das wird nicht immer komplizierter, super. Jetzt haben wir noch mehr Aussprachemöglichkeiten. Also Batch, Batch, Bach, Batch, um Gottes Willen. Aber jetzt kommt die große Auflösung. Während seiner Studienzeit haben seine Studienkollegen seinen Namen falsch ausgesprochen. Die haben ihn nämlich nicht Batch genannt, sondern Batch. So, und dabei ist er dann geblieben und war dann zeitlebens in der Medizin als Edward Batch bekannt. Bedeutet also, wenn wir davon ausgehen, dass er das so angenommen hat, scheint das der richtige Begriff zu sein, Batch. Und Bach dann auf jeden Fall falsch. Es sei denn, man beruft sich auf seine walisischen Wurzeln, dann müsste man Donald Trump allerdings auch Donald Trump nennen, denn der Name kommt eher aus dem Deutschen. Okay, so genug Phonetik, auch mal ein interessanter Exkurs. Hatten wir bisher, glaube ich, noch gar nicht. Kleiner Phonetik-Ausflug hier. Wir bleiben also jetzt mal bei den Batch-Blüten und kommen jetzt endlich zu Edward Batch himself. Wie gesagt, 1886 geboren in der Nähe von Birmingham, hat in London Medizin studiert und dann ab 1912 als Arzt gearbeitet und sich da vor allem mit der Kultivierung von Bakterienkulturen für die Impfstoffforschung beschäftigt. Er hatte dann einen Milztumor, der 1917 operiert wurde, allerdings mit einer sehr schlechten Prognose. Also man hat ihm damals nur noch drei Monate zu leben gegeben. Ja, und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, denn die Quellen, die es so für die nachfolgende Zeit gibt, die sind recht dünn und man beruft sich da häufig auf Batch-Blüten, freundliche Webseiten und Institutionen, wie zum Beispiel das Batch-Center. Bedeutet, ob das jetzt alles so genau abgelaufen ist, wie die das beschreiben, ist fraglich. Es kann halt gut sein, dass da also die eine oder andere Sache im Nachhinein auch so ein bisschen verklärt wurde. So historische Heldenaufladung. Es heißt dann jedenfalls, er habe sich voll in die Arbeit gestürzt, weil er unbedingt vor seinem Tod, der ja dann in drei Monaten anstand, wie man ihm sagte, noch alles erledigen wollte und habe darüber gar nicht bemerkt, dass es ihm immer besser und besser ging. Er habe daraus abgeleitet, dass es sein Wille und seine noch nicht erfüllte Aufgabe waren, die ihn quasi am Leben hielten, also psychische, seelische Effekte, was vielleicht schon erster Ansatz für seine späteren Ideen seiner Therapie war. Ja, als er dann gesundet war, gefiel ihm aber wohl die Art nicht mehr, wie die Medizin mit den Patienten umging, weil sie sich nur auf die Symptome beschränke und nicht den ganzen Menschen in den Blick nahm. Der wollte da einfach holistischer rangehen. Dieses übliche Vorurteil, was sicherlich manchmal, aber längst nicht immer zutrifft. So ist es. Und obwohl er eigentlich kein Homöopath war, ging er dann ans Royal London Homeopathic Hospital. Genau, die Royals und die Homöopathie haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Hört da gerne mal rein. In der Fall Whitsaw. Richtig, Prinz Charles. Und da an diesem Hospital fiel ihm dann die Ähnlichkeit zwischen Impfungen und Homöopathie auf. Ja, weil man ja bei beiden Sachen Dinge in sehr geringer Konzentration, beziehungsweise in abgeschwächter Form zum Körper hinzufügt. Und dann soll das ja eine Wirkung haben. Wobei wir hier nochmal betonen möchten, dass es natürlich grundlegende Unterschiede gibt. Also Impfungen haben ja einen plausiblen Wirkmechanismus, Homöopathie nicht. Und die Wirksamkeit über den Placebo-Effekt hinaus, also bei der Homöopathie, die wurde eigentlich wiederholt widerlegt. Das kann man abhaken. Ja, kann man abhaken. Er hat das nicht abgehakt. Er entwickelte dann auf Basis seiner Bakterienkulturen, die er ursprünglich dann für Impfungen benutzt hat, Nosoden. Nosoden sind Substanzen, die nicht nach dem klassischen homöopathischen Ähnlichkeitsprinzip wirken sollen, sondern ja noch eine Stufe ähnlicher sind, nämlich gleich. Also quasi Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Er war ja Arzt und hat sich da auf Mikrobiologie und auf Bakterien auch spezialisiert gehabt. Er kannte also die Existenz von Bakterien durchaus an. Und er bereitete dann quasi homöopathische Mittel auf Basis von krankmachenden Erregern zu. Angeblich wurde er dafür von Kollegen dann als der zweite Samuel Hahnemann bezeichnet. So richtig populär wurde das aber außerhalb von England dann nicht. Und Samuel Hahnemann wäre vielleicht auch gar nicht so begeistert gewesen von dem, was Batch dann nachher mit seinen Blüten anstellte. Aber die Frage ist ja jetzt, wie kommt man von diesen Nosoden zu den Blüten, also zu den Batch-Blüten? Das hat ja erstmal nichts miteinander zu tun. Nee, das stimmt. Und wie genau sich diese Idee entwickelt, das ist heute auch nur noch super schwer nachzuvollziehen. Weil Batch selbst wohl immer all seine Aufzeichnungen vernichtete, wenn er mit einem Aspekt fertig war. So, fertig? Nö, weg damit. Machen wir auch so. Jede, alle unsere Recherchen landen sofort nach der Aufzeichnung in den Müll, damit ihr auch gar keine Nachfragen stellen könnt. Dann geht uns nur auf die Nerven, ne? Klar, auf jeden Fall. So machen wir das. Eine deutsche Heilpraktikerin erzählt das auf YouTube, also so mit der Entstehungsgeschichte. Und das Video hat immerhin 22.000 Abrufe. Ich selbst an einen Milztumor erkrankt und hat in dieser schlimmen Krankheitsphase immer wieder von Blüten geträumt. Er hat dann für sich entschieden, wenn ich wieder gesund werde, werde ich mich damit auseinandersetzen, was Blüten und ich, was wir miteinander gemeinsam tun sollen. Er hat die Schulmedizin hinter sich gelassen. Er ist wieder gesund geworden und ist losgezogen, um rauszubekommen, was die Blüten und er gemeinsam tun sollen. Und eines Tages kam er an einem Bachlauf vorbei, wo ein kleines gelbes Blümchen stand mit einem Tautropfen drauf und die Sonne schien darauf. Und das Bild faszinierte ihn so sehr, dass er sich da runtergelegt hat und den Tautropfen sich auf die Zunge hat gleiten lassen. Und in diesem Moment waren seine Bauchschmerzen verschwunden. Da hat er für sich entschieden, das ist das, was ich und Blüten, was wir gemeinsam tun sollen. Die Tautropfen, meine Blüten und ich. Ist vor allen Dingen eine schöne Vorstellung, weil diese Blüte, die er meint, wir wissen ja welche er meint, die ist nicht besonders groß. Da sich drunter zu legen und die Zunge unter die Blüte zu kriegen, das ist schon eine akrobatische Leistung, muss man sagen. Es klingt auf jeden Fall auch alles nach einer sehr mystischen Geschichte, was die Blüten und ich gemeinsam tun sollen. Ja, ist ein bisschen Schöpfungsgeschichte mäßig. Wir bezweifeln einfach mal ganz stark, dass es tatsächlich genauso war. Ja, einige andere Quellen bleiben da auch etwas vager, aber sind vielleicht gerade dadurch glaubwürdiger. Wir wollen deswegen hier auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil viele Details vermutlich sowieso dazu gedichtet wurden. Ja, irgendwann jedenfalls kommt Batch die Idee, dass Krankheit nichts mit Bakterien zu tun haben kann. Also zumindest nicht ausschließlich, denn er beobachtet, dass Menschen, die die gleiche Krankheit bekommen, obwohl sie sich sonst sehr ähneln, ganz unterschiedliche Auswirkungen der Krankheit zu spüren bekommen. Ja, den einen erwischt es hart, den anderen weniger hart. Dadurch steht für ihn fest, dass Krankheit weniger eigentlich mit dem Körper als vielmehr mit der Seele zu tun hat. Ja, für ihn sind seelische Probleme der Hauptgrund für Erkrankungen und wenn man diese behebt, dann wird der Mensch auch wieder gesund. In seinem Buch Heal Thyself schreibt er dann auch, Zitat, Krankheit wird nie durch anwesende materialistische Methoden kuriert oder ausgerottet, aus dem einfachen Grund, dass Krankheit in ihrem Ursprung nicht materiell ist. Krankheit ist im Wesentlichen das Ergebnis des Konflikts zwischen der Seele und dem Verstand und wird nie ausgerottet werden, außer durch geistige und mentale Bemühungen. Ja, wie gesagt, vielleicht ein Überbleibsel von seiner Tumorerkrankung, die er trotz schlechter Prognose überlebt hatte, seinem Verständnis nach, vielleicht, weil er sich so in die Arbeit stürzt und quasi einen Sinn in seinem Leben hat und damit wieder mit sich selbst im Einklang war. Wolf-Dieter Stahl, ein Autor von sich sehr gut verkaufenden Büchern über Gartenpflege, Unkräuter, aber auch eines Werks über Bachblüten, Pardon, Bachblüten, erklärt es auf YouTube, auf seinem YouTube-Kanal so. Es ist nicht, dass da hat man sich ein Bein geborgen und das heilt den Knochen, sondern es ist so auf der Ebene, ja, man hat da so negative Gefühle und an dem Punkt nimmt man eine bestimmte Blüte, solange man diese Emotion trägt, um die Seele umzuschwingen, ehe sich das herunterfiltert auf die physikalische Ebene. Bach, ich sag Bach auch wieder, Batch kategorisiert Menschen dann nach Persönlichkeitstypen, er bedient sich dabei einiger Versatzstücke von Carl Gustav Jung. Wichtiger Psychologe zu der Zeit, ne, Carl Gustav Jung. Genau, und er behandelt die Menschen dann nach ihrem Persönlichkeitstyp erst mit seiner Meinung nach passenden Nosoden, so, das missfällt ihm aber laut dem Batch Center, da er die auf so unschöne Art gewinnen muss, ja, sind ja zum Teil Darmbakterien, die gewinnt man zum Beispiel aus menschlichem Kot und dann kommt er auf die Idee, ne, ich mach das statt mit den Nosoden, dann einfach mit den Blüten. Ja, aber warum? Also, wie kommt man darauf, dass man dann Blüten nimmt? Oh, ich hab bisher menschliche Fäkalien genutzt, was liegt da nahe, als er sagt, ach ja genau, klar, Blüten. Also, wieso er auf Blüten kam, es wird nicht erklärt, nur, dass es sich laut ihm um die am weitesten entwickelten Teile der Pflanze handelt und dass diese angeblich Energien und Schwingungen beinhalten, die auf den Menschen wirken können. Ja, und er sammelt dann nach und nach immer mehr davon in den 30er Jahren. Vor seinem Tod kommt er dann auf insgesamt 38 verschiedene Blüten, beziehungsweise 37 verschiedene Blüten und Quellwasser, so, das ist nochmal eine 38. Substanz, die bei bestimmten seelischen Verstimmungen helfen sollen und damit dann auch den Menschen gesund werden lassen. Ja, also wer zum Beispiel sehr unter Ungewissheit leidet, der kann dagegen die Batchblüte Hornkraut nehmen und dann hilft das gegen die Unsicherheit und demnach dann auch gegen Krankheiten, weil man dann wieder mit sich im Reinen ist. Also, die Energie der Pflanze heilt quasi das Energiefeld des Menschen und bringt es wieder in die richtige Verfassung. Ja, die Frage ist aber, warum genau Hornkraut bei Ungewissheit? Ja, schwierig, ja. Es gibt dafür keinerlei Erklärung von Batch. Man liest tatsächlich oft, er habe das alles rein intuitiv gespürt, dass diese Blüte die richtige sei. Okay. Ja, also das Batch Center schreibt dazu folgendes, Zitat, Inzwischen waren sein Körper und sein Geist so auf seine Arbeit eingestellt, dass er unter verschiedenen emotionalen Zuständen litt, bis er die Pflanze fand, die ihm helfen würde. Auf diese Weise vollendete er durch großes persönliches Leiden und Opfer sein Lebenswerk. Amen. Wow, ja, klingt ein bisschen wie ein Märtyrer, ne? Vor allem wirkt das aber ja wirklich so, als ob es keinerlei Begründung gibt, sondern einfach ein rein subjektives Gedankengebäude. Herr Batch hatte das Gefühl, das passt. Hornkraut. Hornkraut ist es. Water violet. Ja, keine logische Basis dafür, einfach das wird schon passen und dann haben wir das gemacht. Manchmal war er ja sogar besonders kreativ, also gegen Ungeduld hilft zum Beispiel Springkraut, im Lateinischen Impatience, ich glaube auch auf Englisch heißt die Pflanze Impatience, was leicht anders geschrieben eben auch ein Wort für Ungeduld ist, ja? Wow. Ja, auf die Idee muss man erstmal kommen. Entschuldigung, da ist schon kreative Höchstleistung. Ja, es ist einfach noch in dem Punkt ein bisschen schlimmer als die Homöopathie, ne? Die ist zwar auch Kokolores, bemüht sich aber ja wenigstens ihre Ideen zumindest einigermaßen systematisch darzustellen. Bei der Batchblütentherapie gibt es das ja gar nicht. Nee, trotzdem wird die Homöopathie und die Bachblüten, die Batchblüten oft gleichgesetzt und das liegt vermutlich an der ähnlichen Herstellung der Präparate. Ja, Edward Batch wurde sehr schnell klar, dass man jetzt, ja, wenn man nur den auf den Pflanzen zu findenden Morgentau einsammelt und mit dem arbeitet, dass man damit vielleicht nicht so richtig weit kommt, weil die Mengen schon relativ gering waren. Also entwickelt er andere Methoden. Da gibt es zum einen die Sonnenschein-Methode. Dazu werden die Blüten gepflückt, in reines Quellwasser gelegt und dann stellt man das für drei bis vier Stunden in die Sonne. Dann entfernt man die Blüten vorsichtig und füllt das Wasser in die Flaschen ab. Aber nur zur Hälfte. Der Rest wird zur Konservierung mit Brandy aufgefüllt. So, und daraus kann man dann immer ein paar Tropfen in ein anderes Fläschchen schütteln. Und das wiederum ist dann die verdünnte Essenz, die angeblich vollkommen genügt, um die erwünschte Wirkung auf die menschliche Seele zu erzielen. Der eine oder andere sagt dann, da muss man bestimmte Konzentrierungen einhalten und ein gewisses Maß verdünnen. Steht jetzt aber in dem Standardwerk von Batch eigentlich so nichts zu. 440 oder so. Ja, steht aber im Standardwerk von Batch. So, und dann gibt es ja noch die Kochmethode. Da kochst du dann quasi die Blüten zusammen mit ein bisschen Rinde und frischen Blättern für ein halbes Stündchen im Wasser. Nimmst dann die Pflanzenteile raus und füllst dann wieder, wie bei der anderen Methode, auch mit Brandy auf. Ja, es geht jetzt natürlich nicht um den Alkoholkonsum, sondern in erster Linie um die Konservierung beim Brandy. Ja, aber auch schon ganz schön. Ganz schön schnell. Dieser Vorgang wird allerdings auch manchmal etwas verklärt. Wir hören nochmal Wolf-Dieter Stoll mit seinen 120.000 Followern. Mit seinen Blütenelixieren ging er zurück auf ganz uralte Bilder. Eine Schale mit Wasser, sozusagen das weibliche und ein Feuerstrahl, entweder die Sonne oder ein Feuer selber. Und dann eine Blüte, die das Wasser, das Informationen trägt und aufnimmt, informiert. Ja, das informierte Wasser wieder ist wirklich ein bisschen der Running Gag der Alternativmedizin oder der alternativen Methoden. Nur, dass jeder es anders informiert, das Wasser. Grander lässt grüßen, Johann Grander. Aber auch die Homöopathie, da wird sogar auch massiv verdünnt, worin dann schon eine gewisse Ähnlichkeit erkennbar ist. Die Wirkung bzw. die Essenz ist ja dann quasi auf das Wasser übergegangen. Wobei Homöopathie und Batch-Blüten dann, wenn man genauer hinschaut, eben doch zwei komplett unterschiedliche Gedankengebäude sind. Sagt auch Batch selber. Wir haben da ein Zitat mal rausgesucht, ins Deutsche übersetzt. Er sagt, ähnliches mag ähnliches stärken. Ähnliches mag ähnliches zurückdrängen. Aber im wahren Sinne einer Heilung kann ähnliches nicht ähnliches heilen. Kein Zweifel, Hahnemann hatte das Bestreben, mit seiner Methode der Potenzierung Falsches in Richtiges zu verwandeln, Gifte in Arzneikräfte. Aber es ist einfacher, die wunderschönen und heilkräftigen Arzneien direkt zu verwenden. Das heißt, dieses Ähnlichkeitsprinzip lehnt er also als Methode eigentlich ab. Das sind zwei komplett unterschiedliche Ideen für Wirkweisen. Batch-Blüten sind keine Homöopathie, auch wenn sie oft gerne von denselben Leuten verschrieben und eingesetzt werden, um Menschen angeblich zu heilen. Ja, bei den Batch-Blüten wird auch nichts verschüttelt. Also nicht mehr. Anfangs hat er das mal gemacht, aber am Ende sagt er, braucht man nicht. Was ja übrigens dann dafür sorgt, dass sie in der EU nicht als Medikamente zugelassen sind. Also das ist, glaube ich, als Lebensmittel, aber es sind keine Medikamente. Um unter die homöopathischen Gesetze zu fallen, ist das Schütteln nämlich strikter Bestandteil. Ja, weil es total bekloppt ist, ne? Also das eine schüttelst du und darfst es deswegen Arzneimittel nennen, das andere schüttelst du nicht und darfst es deswegen nur als Nahrungsergänzungsmittel vermarkten. Es macht die absurde Sonderstellung der Homöopathie nochmal ein bisschen deutlicher, ne? Ja, ja. Batch-Blüten sind auf jeden Fall ein ziemlich weirdes System und es wird auch nicht besser, wenn man sich nochmal anschaut, wie man eigentlich darauf kommt, welche dieser Blütenessenzen, ne, von diesen 37 bzw. 38 Essenzen man jetzt eigentlich wann und zu welchem Zweck einnehmen sollte. Ja, oder wann die Rescue tropfen. Aber lass uns vorher vielleicht nochmal einmal ganz kurz zu Batch selbst zurückkommen, um seine Lebensgeschichte einmal zu beenden. Er starb 1936 und angeblich verbrannte er alle seine Aufzeichnungen zu seinen Forschungen kurz vor seinem Tod im Garten seines Hauses in der Nähe von Oxford. Ja, damit die Leute nicht verwirrt werden konnten von seinen älteren Überlegungen, die ja zum Teil nicht gestimmt haben aus seiner Sicht. Stellenweise hatte er auch noch stärkere Verbindungen zur Astrologie gezogen, seine Batch-Blüten in verschiedene Kategorien gepackt und, und, und. Also, das war alles ein ganz schönes Durcheinander, das wollte er nicht, das wollte er orten, deswegen hat er angeblich alles verbrannt. So, nach seinem Tod übernahmen dann ein Freund und seine Assistentin die Vermarktung der Batch-Blüten, wobei es damals wohl noch nicht groß um Gewinn ging. Angeblich hat er die Mittel auch einfach verschenkt. Und dann wurde in der Folge die Firma Nelsons zum offiziellen Hersteller von Batch-Blüten gemacht. Nelsons, die Firma ging aus einer homöopathischen Apotheke aus London. Auch wieder komisch, da stellt eine Firma zwei verschiedene Dinge her, die sich sogar eigentlich und zum gewissen Maße in ihrer Wirkphilosophie widersprechen. Ja, es ist merkwürdig, aber das scheint da nicht groß zu stören. Die Blüten kommen übrigens angeblich zu weiten Teilen immer noch aus dem Garten von Batch's Haus, in dem mittlerweile das Batch Center seinen Sitz hat. Diese Stiftung, die über Batch-Blüten informiert und über das Leben von Batch informieren möchte. Nur die Firma Nelson hat auf ihren Produkten dann auch die Unterschrift von Batch, es ist also quasi das Original, obwohl es mittlerweile auch viele andere Hersteller davor gibt. Was übrigens auch ein netter Nebenaspekt dieser Batch-Blüten ist, dass alle Blüten, die man zur Heilung sämtlicher seelischer Verstimmungen auf der ganzen Welt braucht, alle im Süden Englands wachsen. Ja, das ist ein Zufall. Wo auch sonst. Wo auch sonst. Das ist halt der Nabel der Welt. The Great Empire. Nun muss man sagen, das Klima ist in der Tat sehr mild, da wächst tatsächlich relativ viel, aber es sind zum größten Teil halt alles Pflanzen, die in der mittleren Breite beheimatet sind. Und logisch, denn woanders als im Süden Englands hat der Herr Batch ja auch nie gesucht. Was hätte er noch alles finden können? Ja, wenn er mal in Afrika gegangen wäre. Also ist schon alles sehr schräg. Ja, aber wie ist er denn? Gucken wir jetzt mal auf die Einnahme. Woher genau weiß ich eigentlich was und wie viel ich nehmen soll? Ja, also das, was soll man entweder selbst rausbekommen, wenn man in sich reinhört oder aber im Gespräch mit dem Therapeuten. Also man redet quasi mit dem Therapeuten darüber, wie es einem geht und der zieht dann daraus seine Schlüsse und sagt, welche der Batch-Blüten man einnehmen sollte. Kann man natürlich auch beim Batch-Center Kurse drin machen. Ja, natürlich. Und wie viel soll ich nehmen? Ja, das beschreibt er selbst. Du nimmst deine Flasche, die du fertig gemacht hast nach der Sonnenmethode und packst davon ein paar Tropfen in eine andere kleine Flasche und füllst die dann mit Wasser auf. Vielleicht noch ein bisschen Brandy drauf für die Konservierung und auch für den Geschmack. Genaue Mengenangabe, also das klingt jetzt ein bisschen von dem, ein bisschen das, ein bisschen, alles sehr ungefähr. Ja, es bleibt alles sehr ungefähr, ja. Dann nimmst du in dringenden Fällen alle paar Minuten ein paar Tropfen, in schweren Fällen alle halbe Stunde, in länger anhaltenden Fällen alle zwei bis drei Stunden oder halt mehr oder halt weniger, je nachdem, was der Patient halt gerade für richtig hält. Okay, also kannst du im Endeffekt machen, was du willst mit dem Zeug. Es ist ein bisschen komisch. Aber gut, ist eigentlich total wurscht, wie, also wie viel du nimmst tatsächlich? Ja, aber er schreibt am Anfang ja auch noch, dass man gar nicht zu viel geben könne, weil die Essenzen total harmlos sein. Man könnte quasi nicht überdosieren. Und wenn man mal die falsche geben würde, ja die falsche Essenz, dann hätte das auch keine negativen Folgen. Dann könnte man halt das nächste ausprobieren einfach. Das ist interessant, dass man damit nie ins Negative rutschen kann eigentlich. Nein, nein, nein. Wenn du Ungewissheit hast, ja, und du nimmst zu viel davon, dass du dann nicht in übertriebenes Selbstsicherheit abrutschst, sondern du bleibst einfach auf dem sehr guten Level. Genau. Das ist schon komisch, ne? Das ist ein bisschen beliebig. Da steckt keinerlei System hinter. Und bevor ihr jetzt denkt, das ist aber weird, es wird noch komischer, denn es ist total Absicht, dass da kein System hinter ist. Ja, es wäre sogar ketzerisch, wenn man versucht, ein System da hineinzulegen. Wir zitieren hier aus dem Buch The Twelve Healers, dem Standardwerk von Batch. Wir haben das mal ins Deutsch übersetzt. Kann man sich auf der Zunge zergehen lassen jetzt. Dieses Behandlungssystem ist das Perfekteste, das der Menschheit seit Menschengedenken gegeben wurde. Also er war ein sehr bescheidener Mann, das kann man schon sagen. Er hat schon ein Bescheidenheitskraut. Es hat die Kraft, Krankheiten zu heilen und in seiner Einfachheit kann es im Haushalt angewendet werden. Keine Wissenschaft, kein Wissen ist notwendig, abgesehen von den hier beschriebenen einfachen Methoden. Und diejenigen, die den größten Nutzen aus diesem Geschenk Gottes ziehen werden, werden diejenigen sein, die es so reinhalten, wie es ist. Frei von Wissenschaft, frei von Theorien, denn alles in der Natur ist einfach. Amen. Ja, kann man so sehen. Einfach nicht hinterfragen, sondern einfach genau so machen. Läuft. Vor allen Dingen, alles in der Natur ist einfach. Das erklär mal einem Physiker. Oh Mann. Halten sie aber auch vor allen Dingen nicht alle dran. Also das war das, was Batch sich damals ausgedacht hat. Heutzutage, naja, sagen wir mal so. Die Methode zur Auswahl der Blüten wird heute gern mit anderen Methoden kombiniert. Etwa mit der Kinesiologie, ne, kann man auch mal eine Folge drüber machen. Oder aber mit anderen eigenen Methoden. Wir haben hier eine besonders schöne gefunden von einer Heilpraktikerin. Es gibt Therapeuten, die lassen Patienten einen Fragebogen ausfüllen. Andere Therapeuten verordnen eine Blütenmischung aufgrund ihrer Erfahrung. Und ich bevorzuge die Methode mittels Blütenbilder. Ich lege die 38 Blütenbilder aus. Und der Patient darf sich dann sechs Blüten aussuchen, die ihm gefallen. Und eine Blüte, die er gar nicht mag. Okay, also irgendwie macht jeder so ein bisschen das, was er gerade möchte, oder? Schon, ja. Es wird aber noch ein bisschen besser. Das ist zum Beispiel das da auf Bethlehem. Das ist eigentlich die große Heilungsblüte, die auch jeder Patient beim ersten Mal, wenn er sich die nicht selber aussucht, von mir dazu bekommt. Ja. Also man vertraut dem Patienten. Er wird schon das Richtige aussuchen. Ja, aber dann doch nicht so sicher das Richtige aussuchen. Also hauen wir die Blüte auf jeden Fall nochmal mit rein. Ja, auch diese Rescue-Tropfen, die gegen Stress helfen sollen, kann man ja universell einnehmen. Und da ist ja auch Star of Bethlehem drin. Das ist eine Mischung letztlich. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt. Rescue-Tropfen ist letztlich eine Mischung verschiedener Essenzen. Genau, es sind fünf verschiedene Essenzen oder so. Und Star of Bethlehem ist da auch irgendwie drin. In der Originalversion von Nelson zumindest. Das Bach, ich sag auch wieder Bach-Center, das Batch-Center, schreibt aber auch, dass jeder Hersteller seine eigene Version der Zusammensetzung hätte. Also macht auch da wieder jeder, was er will. Ja, schon eigentlich. Und ganz zum Schluss vielleicht noch der nette Hinweis, dass es diese Rescue-Tropfen auch als Creme gibt, damit man sie direkt auf blaue Flecken oder Beulen auftragen kann. Was eigentlich nicht so richtig Sinn ergibt, weil das Mittel ja auf die Seele und nicht auf den Körper wirken soll. Und wenn das Mittel auf die Seele wirkt, also warum spielt es dann eine Rolle, ob ich es mir auf der Zunge tropfe oder auf die Beule schmiere? Vielleicht sitzt die Seele auch grundsätzlich in den Beulen und blauen Flecken des Kopf. Ja, wo dann die Energie quasi übergeht. Zumal man bei einer Beule ja auch ziemlich sicher sein kann, dass da nicht unbedingt eine seelische Verstimmung für verantwortlich ist, sondern vermutlich einfach, dass man sich den Kopf gestoßen hat. Das ist gut möglich. Da findet man aber einen Weg raus. Vielleicht schwillt es besonders stark an dann, weil man gerade in einer seelisch schwierigen Verfassung ist und dann könnte man durch die Energie... Ja, das wäre zumindest eine Möglichkeit, wie man in diesem Gedankengebäude durchaus das noch begründen könnte. Finden wir persönlich schwierig, aber gut. Immerhin pflegt die Creme dann doch noch die Haut. Also es bleibt insgesamt festzuhalten, dass es ein komplett willkürliches, sich zum Teil selbst widersprechendes System ist, dessen Plausibilität man eigentlich auch nicht überprüfen kann. Weil nicht mal irgendwelche Dinge gesagt werden, die man auf ihre Plausibilität hin prüfen könnte. Das sind alles total subjektive, auf Intuition eines einzelnen Mannes beruhende Annahmen, die aber von jedem auch sucht ausgelegt und angepasst werden, wie es halt gerade passt. Ja, also diese Wirkweise findet in komplett esoterischen Sphären statt. Man muss sagen, also dagegen ist die Homöopathie fast Gold. Ja, weil es so systematisch im Vergleich dazu ist. Und nicht so, ach, machst du dies, machst du jenes. Eigentlich egal, wie und wie das hergestellt wird, weiß ich auch nicht genau. Ja gut, trotzdem gibt es ja eine Menge Menschen, die darauf schwören, auf diese Therapie. Ja, natürlich. Und deswegen hören wir natürlich jetzt hier auch nicht auf. Es gibt ja wieder unseren altbewährten Spruch. Nur weil man nicht erklären kann, wie es wirkt, heißt das noch nicht, dass es nicht wirkt. Und deshalb haben wir uns natürlich auch angeschaut, ob man die Wirkung dieser Batchblüten Batchblüten denn wenigstens irgendwie nachweisen kann. Einfach mal ausprobieren. Manche Menschen reagieren sensationell auf Bachblüten. Sensationelle Erfolge mit hochverdünnten Blütenmischungen? Ist das wirklich möglich? Ich habe dann erschreckenderweise festgestellt, dass diese Blüten ja wirklich helfen. Ich habe das an mir gemerkt. Ich habe die genommen, ich habe die ganz nach Vorschrift genommen und es ging wirklich besser. Viele Menschen berichten von tollen Erfahrungen mit Batchblüten. Na, geht doch, Markus. Ja, danke. Die Therapie sei definitiv wirksam. Die Science Cops wollen das selbst herausfinden und legen erst mal ihre Büropflanze in Wasser ein. So, jetzt schneide ich hier oben die Spitze ab. Und dann hier. Ihr könnt das gerade nicht sehen, aber der schneidet gerade ernsthaft die Spitzen von Pflanzen ab und hat da so einen komischen Messbecher aus Plastik. Meinst du, ich kann ja auch so das Vertrocknete. Das Vertrocknete kannst du auch haben. Warum nicht? Es geht ja nur um die Energie. Wobei, sie sollen möglichst frisch sein, die Blüten. So, das schmeiße ich jetzt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Wasserqualität, die hast du jetzt gerade hier aus dem Hahn beim WDR geholt. Ich weiß nicht, ob das... Ja, so. Also. Also, ich weiß auch nicht. Was ist das für eine Pflanze? Ich glaube, das ist so Aloe Vera oder so. Da war das bei Batch jetzt aber keine Rede. Und vor allem, das Teil hat überhaupt keine... Das hat überhaupt keine Blüten. So, du kannst euch einfach nur die Blätter abschneiden und einlegen. Und das ist auch kein Quellwasser. Ganz im Ernst, das wird so nichts. Nee, nee. Das hat schon seine Richtigkeit. Also, meine Intuition hat mir gesagt, dass wir das jetzt hier mit der Bürofanze machen sollen. Das wird eine sehr schöne Essenz, glaube ich, hinterher. Die wird uns bei den kommenden Fällen sicher helfen und zu beruhigen, wenn wir uns mal wieder aufregen müssen. Ich stelle das jetzt hier auf die Fensterbank in die Sonne. Fällt hier noch drauf. Und da hole ich gleich noch ein bisschen Korn. Dann schauen wir mal. Und das hilft dann wahrscheinlich gegen die negative Charaktereigenschaft Arroganz. Denn das wird man uns wieder vorwerfen, wenn wir uns hier wieder lustig machen. Naja, egal. Jedenfalls, vielleicht trinken wir das Korn auch einfach direkt. Vielleicht hat er da mehr Wernwirkung. Könnte sein, ja. Aber um mal wieder ein bisschen ernsthaft zu werden und auch um das schon mal direkt vorweg zu sagen, wir wollen hier auf die Wirksamkeit schauen. Es sieht jetzt nicht so gut aus für die Batch-Blüten-Therapie in Sachen Wirksamkeit. Es gibt tatsächlich doch einige Studien, die sich die vermeintliche Wirkung der Batch-Blüten angeschaut haben. Und als treue Science-Cops-Hörerin und Hörer wisst ihr ja, haben wir schon gesagt, es ist völlig egal, wie plausibel oder auch bescheuert die angebliche Wirkweise einer Therapie ist, ob das jetzt über Energiefelder, Schwingungen oder Magie funktionieren soll. Ich kann ganz unabhängig davon trotzdem immer überprüfen, ob die Therapie wirkt oder nicht. Denn wenn jemand behauptet, nimm das, dann geht es dir besser, dann kann man überprüfen, ob es wirklich eine Verbesserung gibt. Ja, und das gilt natürlich auch für die 38 Blütenessenzen von Herrn Dr. Batch. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben überprüft, ob die wirklich was taugen. Und das ist, wie so oft in der sogenannten Alternativmedizin, natürlich gibt es da immer wieder auch einzelne Studien, wo sich mal ein positiver Effekt zeigt. Diese Studien haben dann aber oft das Problem, dass es mit der Qualität nicht so richtig weit her ist, zum Beispiel, weil die Teilnehmerzahl sehr gering war oder weil es einfach keine Vergleichsgruppen gab. Also dann haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwar davon berichtet, dass nach der Einnahme der Bachblütenessenzen das Stresslevel abgenommen habe. Aber ob das an den Blüten lag, kann keiner sagen, weil es keine gleich große Gruppe gab, die ein Scheinmedikament oder ein Placebo bekommen hat. Und genau darum sollte man immer, ihr kennt das, nach sogenannten randomisierten, kontrollierten Studien, RCTs Ausschau halten. Also Studien mit zwei zufällig ausgewählten Teilnehmergruppen. Die eine Gruppe bekommt das Präparat, also in diesem Fall die Batchblüten, die Vergleichsgruppe. Nur ein Placebo. Und im Idealfall ist so eine Studie dann auch noch doppelverblindet. Also weder die Patienten noch die behandelnden Personen wissen, ob die Patientinnen und Patienten das echte oder das Scheinmedikament bekommen. So ist es. Und da gibt es jetzt eine ganz aktuelle Studie aus diesem Jahr. Eine genau solche verblindete Kontrollstudie an 101 Krankenpflegeschülerinnen und Schülern in Sao Paulo, Brasilien durchgeführt. Ist ja ein stressiger Job, Krankenpflege. Und somit ja eigentlich perfekt geeignet für den Einsatz von Batchblüten, um ein bisschen runterzukommen, dass das Stresslevel sinkt. Da kann man bestimmt schöne Essenzen zusammenstellen. Ich habe mir sagen lassen, Applaus soll auch total gut helfen. Wir gucken mal, was die hier... Also es gab hier zwei Gruppen in dieser Studie. Die einen bekam eine Batchblütenmischung. Und zwar steht hier unter anderem aus Impatience, hatten wir vorhin schon. Also Impatience, dann aus Cherry Plum, White Chestnut, Olive und noch so ein paar anderen, aufgelöst in Wasser und Brandy tatsächlich auch. Und das mussten sie 60 Tage lang viermal am Tag nehmen, jeweils immer vier Tropfen. Und die Placebo-Gruppe hat auch was Schönes bekommen, nämlich einfach nur Wasser und Brandy, also ohne diese Batchblüten-Essenz drin. Die mussten das dann genauso nehmen. Und dann mussten sie halt in dieser Studienzeit regelmäßig so bestimmte Stresstests durchführen. Jetzt aber nicht wie im Atomkraftwerk. Sondern das sind zum Beispiel spezielle Fragebögen, in denen stressbezogene Symptome abgefragt werden. Und man dann auf einer Skala angibt, wie stark die Symptome bei einem gerade sind. Genau. Und das Ergebnis, formulieren wir es mal bachblütenfreundlich, die Teilnehmer, die die Bachblüten, die Batchblüten, pardon, wirklich, ich lerne es auch noch irgendwann. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Batchblüten bekommen haben, hatten hinterher weniger Stresssymptome als vorher. Und wären wir jetzt ein Batchblüten-Promo-Podcast, dann würden wir an dieser Stelle jetzt aufhören und sowas sagen wie ... Manche Menschen reagieren sensationell auf Bachblüten. Ja, die ganze Wahrheit aber ist, in der Placebo-Gruppe gingen die Stresssymptome genauso zurück. Es gab also keinerlei Unterschied. Fazit der beiden Forscherinnen, die übrigens auch eher aus dem Pro-Batchblüten-Kontext kommen. Die Batchblütentherapie war nicht effektiver als das Scheinargument, anders gesagt. Es gibt keine Wirksamkeit über den Placebo-Effekt hinaus. Genauso übrigens die Ergebnisse mehrerer Kontrollstudien zu Batchblüten bei Prüfungsangst. Das ist ja ein beliebtes Feld für Batchblüten, wie uns hier nochmal Dr. Franziska Rubin erklärt. Bei konkreten Ängsten, wenn man eigentlich weiß, wovor man Angst hat, dann ist es Mimolus. Also zum Beispiel bei Prüfungsangst. Ja, Dr. Franziska Rubin, ich war ein bisschen schockiert, als ich das gesehen habe, worüber sie redet. Ich kenne die noch aus ihrer Zeit, wo sie beim Kinderkanal war. Damit bin ich aufgewachsen. Da gehörte sie zu den Moderatorinnen der ersten Stunde, hat dann später irgendein Gesundheitsmagazin moderiert. Und jetzt erzählt sie so ein Zeug über Batchblüten. Ja, so weit auf jeden Fall die Behauptung. Aber auch das haben Forscherinnen und Forscher untersucht, und zwar in Studien an Universitätsstudentinnen und Studenten, die in einem bestimmten Zeitraumvorprüfung Batchblüten beziehungsweise ein entsprechendes Placebo bekommen haben. Da wurde wieder mit Hilfe spezieller Tests das Angstlevel bestimmt. Ergebnis bei all diesen Untersuchungen, kann man dürften raten, ja, kein Unterschied zwischen Batchblüten und Placebo. Gut, aber noch besser, als sich solche Einzelstudien anzuschauen, ist es, auch das kennt ihr, nach Übersichtsarbeiten zu gucken, also nach diesen systematischen Reviews, die dann nach bestimmten Kriterien diese ganzen Einzelstudien auswählen und auswerten, um einfach einen größeren Überblick zu bekommen, als sich immer nur eine einzelne Studie rauszupicken. Es gibt ein paar weniger dieser Übersichtsarbeiten auch zu Batchblüten. Eine zum Beispiel von Edzard Ernst, den wir ja vor einigen Monaten hier auch im Podcast zu Gast hatten, Thema Prinz Charles. Das ist eine Arbeit von 2010. Er hat Medizindatenbanken nach Studien zu Batchblüten durchsucht. Erstes Ergebnis schon mal, da gibt es zwar einiges, ein großer Teil der Studien ist aber methodisch so schlecht, wie übrigens oft in der Alternativmedizin, dass sie für eine weitere Auswertung gar nicht taugten. Er hat am Ende dann sieben einigermaßen brauchbare Kontrollstudien zu Batchblüten in dieser Übersichtsarbeit ausgewertet. Wohlgemerkt teilweise auch mit Mängeln. Also das war dann häufig so, dass viele Teilnehmer ausgestiegen sind einfach in der Studie, kommt auch immer wieder vor. Aber das waren nur die besten Studien, die man finden konnte. In den meisten davon ging es dann auch um Stress, um Angst. In einer Studie auch um ADHS bei Schülerinnen und Schülern. Und machen wir es kurz. Auch hier lautet das Ergebnis, durch die Bank keine signifikanten Unterschiede zwischen Batchblüten und Placebo-Behandlung. Edzard Ernst fasst es dann so zusammen, Zitat, zusammengenommen liefern die Studien keine überzeugenden Beweise dafür, dass sich die klinischen Wirkungen von Blütenarzneimitteln von denen eines Placebos unterscheiden. Da können wir sogar noch einen draufsetzen. Auch der sogenannte IGL-Monitor hat sich die Wirksamkeit der Blütentherapie angeschaut. IGL steht ja für individuelle Gesundheitsleistungen, also Leistungen, die die Krankenkassen nicht übernehmen. Und der IGL-Monitor ist eine Einrichtung, um Nutzen und Schaden solcher Leistungen zu bewerten, damit der Patient, die Patientin auch weiß, wofür sie da eigentlich bezahlt hat und ob sich das lohnt. Genau, weil Batchblüten keine Kassenleistung sind. Genau. Damit die Patienten entscheiden können, eben dann auch im Endeffekt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen. So, und die Experten vom IGL-Monitor haben insgesamt vier Übersichtsarbeiten zu Batchblüten ausgewertet. Ihr Fazit, es gibt für die Batchblütentherapie keine Hinweise auf einen Nutzen, der über einen Placebo-Effekt hinausgeht. Sie weisen aber auch darauf hin, dass die Studienlage insgesamt einfach auch nicht besonders gut ist. So richtig viele gute Kontrollstudien gäbe es halt leider nicht. Ja, ich glaube, der IGL-Monitor, sie schreiben sogar am Ende, dass die ganze Sache unklar wäre, was ich ehrlicherweise ein bisschen schwierig finde als Begriff, weil unklar klingt dann so wie, naja, könnte ja noch, könnte ja doch noch vielleicht was kommen und man könnte sicherlich auch versuchen, sich genau damit rauszureden, ja, dass die Studienlage nicht ausreichend sei, um ein abschließendes Urteil zu fällen. Jetzt muss man dazu aber sagen, das kann man ja ganz vielleicht noch versuchen, wenn man einen halbwegs plausiblen Wirkmechanismus hätte, wo man also zumindest einigermaßen gut erklären kann, wie es denn grundsätzlich wirken soll, den gibt es ja aber, haben wir ja vorhin gesagt, bei der Batchblütentherapie in dem Sinne gar nicht. Also nicht mal im Ansatz, das ist eigentlich, es ist nur Esoterik am Ende. Es gibt keinen wissenschaftlich nachvollziehbaren Wirkmechanismus und wenn man dann dazu noch überlegt, dass alle die halbwegs ordentlich gemachten Kontrollstudien und Übersichtsarbeiten, die es aktuell gibt, eigentlich durchweg keinen positiven Effekt finden konnten, dann kann man mit gutem Gewissen eigentlich einen Haken dran machen und sagen, nach allem, was man weiß, das Zeug wirkt nicht, nicht über den Placebo-Effekt hinaus, man sagt auch, es hat einfach keine spezifische Wirkung. Ja, dann ist die Frage auch durchaus gerechtfertigt, ob man das überhaupt noch weiter erforscht. Also so richtig viel Forschung gab es in den letzten Jahren auch nicht mehr. Die Übersichtsarbeiten stammen im Wesentlichen aus den 2000er Jahren. Edsard Ernst schreibt, aus der negativen klinischen Evidenz und der fehlenden biologischen Plausibilität könnte die Schlussfolgerung gezogen werden, dass weitere Forschungen in diesem Bereich nicht gerechtfertigt sind. Und das können wir, glaube ich, so unterschreiben. Warum willst du immer noch weiter Mühe und Geld da reinstecken? Kein ordentlicher Wirkmechanismus. Alles, was man bisher untersucht hat, funktioniert nicht. Lass uns doch einfach warten. Wir müssen einfach mal erforschen, ob vielleicht mich heilt, wenn ich ordentlich, also wirklich fünfmal mit der Faust auf den Tisch haue am Tag. Man muss dazu vielleicht noch eine Sache sagen. Es gibt ja immer wieder, zumindest auch die Behauptung, dass auch körperliche Leiden letztlich damit geheilt werden können. Der eine oder andere behauptet sogar, das ginge mit Krebs. Und dazu muss man sagen, das ist überhaupt durch gar nichts belegt. Da gibt es doch nicht mal diese Untersuchung, die man mal durchgeführt hat, um solche körperlichen Beschwerden zu lindern. Also das ist dann wirklich an den Haaren herbeigezogen. Also alles in allem ein recht klares und bitteres Urteil für das Lebenswerk von Herrn Dr. Batch und die vielen Menschen, die heute noch Geld damit verdienen. Wenn man jetzt mal auf die andere Seite schaut, also der Vollständigkeit halber, Nebenwirkungen im Sinne eines direkten Schadens durch die Einnahme von Batch-Blütenessenzen sind jetzt auch nicht bekannt. Das Einzige, was es gibt, ist wohl, das wird ja in Alkohol tatsächlich eingelegt. Das bedeutet, es gab eine Zeit lang, und es gibt den Hinweis, dass trockene Alkoholiker das nicht nehmen sollen. Nicht, weil die Menge extrem hoch wäre, sondern weil das einfach einen psychologischen Effekt haben kann, weil du dann wieder dann doch den leichten Geschmack vielleicht irgendwo dran hattest. Das stimmt. Also für diese Gruppe... Deswegen gibt es aber auch alkoholfreie Präparate mittlerweile. Auch da wird mittlerweile sich also von der Grundsatzidee von Batch dann entfernt verpasst. Wieder so ein Beispiel dafür, dass es irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst. Was es natürlich schon geben kann, sind indirekte Schäden. Also dadurch, dass Menschen eine andere erwiesenermaßen wirksame Therapie ausschlagen, weil sie sich ganz auf die Wirkung der Blütenenergie verlassen. Oder was auch problematisch ist, dass sie sich zu Unrecht Schuld an ihrer körperlichen Erkrankung geben, weil sie der leere Batch zufolge einen nicht ausgeglichenen Gemütszustand haben und das irgendwie nicht hinbekommen und dann irgendwie denken, sie machen was falsch. Also das kann dann tatsächlich ein indirekter Schaden sein. Ja, Batch vertrat wohl unter anderem auch die These, dass man an Vergewaltigung selber schuld sei, weil man das mystisch angezogen habe als Frau. Ja, also das kann echt problematisch werden. Vor allem, wenn man auf der anderen Seite dann immer wieder die tollen Erfahrungsberichte von Menschen hört, die die Therapie bei sich angewendet haben. Dass man aber einzelne Erfahrungsberichte immer mit großer Vorsicht genießen sollte, wisst ihr ja, nach nunmehr fast 40 Folgen Science Cops, wir gehen immer wieder darauf ein. Und ja, solche Berichte sind im Zweifelsfall gar nicht unbedingt abwegig. Wir müssen uns aber etwas ganz Wichtiges klar machen. Wir sind beim Thema Batchblüten in einem insgesamt, ja sagen wir mal, recht weichen Feld unterwegs. Es geht ja hauptsächlich um Gemütszustände, Angst, Unruhe, Stress, weniger um handfeste Erkrankungen. Da kann, wenn ich in einer solchen Situation zu Batchblüten greife, allein die positive Erwartung, dass sich da jetzt etwas bessert, dass ich ruhiger werde und so weiter, schon zu spürbaren Effekten führen. Das nennt man dann halt Placebo-Effekt. Und dass Batchblüten genau solche Effekte auslösen, haben die gerade erwähnten Studien ja gezeigt. Also da war in diesen, diese Krankenpfleger und Krankenpfleger waren es. Genau. Die haben einen Effekt gehabt, aber egal, ob sie Placebo hat noch nicht. Also der Placebo-Effekt scheint da zu wirken. Und das hat halt einfach gar nichts mit den 37 Blüten von Edward Batch zu tun. Ob da jetzt Batch draufsteht oder was auch immer, ist in dem Fall völlig egal. Und jetzt die Festnahme. Da müssen wir nicht lange drum herumreden. Gut, aber Herrn Batch können wir natürlich nicht mehr festnehmen. Der ist schon länger tot. Hat er Glück gehabt, hat er sich quasi der Festnahme entzogen. Aber gut, alle die die Batchblüten als wirksam anpreisen, ob das jetzt Ärztinnen sind, wie die ehemalige Kinderkanal- und MDR-Moderatorin Franziska Rubin oder Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, die das anpreisen, die müssen leider in den Science-Kopps-Knast. Ja, führt kein Weg dran vorbei. Sie dürfen aber ihre Batchblüten, Batchblüten-Essenzen, das ist jetzt wirklich das letzte Mal. Hoffentlich. Sie dürfen ihre Batchblüten-Essenzen aber gerne mit in den Knast nehmen. Da sind die nämlich ganz gut aufgehoben. Also die Batchblüten-Therapie ist nicht nur von ihrem angeblichen Wirkprinzip her völlig unplausibel und unlogisch. Auch für die Wirksamkeit gibt es keinerlei Belege. Ja, wobei man dann diskutieren kann, was heißt unplausibel? Also wenn du daran glaubst, dass es eine Verbindung zwischen Seele und Körper gibt, dann ist die Wirkweise vielleicht schon im Ansatz irgendwie plausibel. Warum es dann ausgerechnet Blüten sein müssen und warum welche Blüten könnte Herrn Batch ja tatsächlich von Gott eingegeben worden sein? Daran kann man ja grundsätzlich glauben, wenn man das möchte. Kann man machen, aber das ist halt wirklich der zentrale Punkt. Es geht dann um Glauben. Ja, um Glauben an etwas, was sich außerhalb des naturwissenschaftlich Nachweisbaren irgendwie bewegt. Um Glauben an etwas, was den naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten ja widerspricht. Ja. Und nur durch irgendwelche höheren Mächte erklärbar wäre. Also es ist im Endeffekt, wir haben es eben schon mal gesagt, es ist Esoterik. Ja. Und da muss natürlich am Ende jeder selbst wissen, wie er sowas handhabt. Also kann ja auch jeder in die Kirche gehen und an Gott glauben. Ja, also der bewegt sich auch außerhalb des naturwissenschaftlich Nachweisbaren. Wir würden jetzt als Science Cops trotzdem nicht hingehen und den Papst festnehmen. Ja, was auch eine interessante Vorstellung wäre. Ich glaube, wir würden an der Schweizer Garde scheitern. Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, die würden uns ziemlich platt machen. Aber machen wir auch nicht, weil es uns schwerfällt, da von unwissenschaftlichem Unsinn zu sprechen. Das hat ja einfach, also das ist halt Religion. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Warum nehmen wir dann jetzt die Batchblütenliebhaber doch fest? Ja, weil sie halt sehr konkrete Heilsversprechen machen und sich diese schlicht als falsch herausgestellt haben. Wenn ich behaupte, nimm dieses Zeug, und zwar genau dieses Zeug in dieser Dosierung, und dann wird es dir besser gehen und deine Krankheiten werden geheilt, dann hat das einen klaren medizinischen Charakter und dann kann man das auch überprüfen. Und wenn dann herauskommt, dass diese Heilsversprechen alle nicht stimmen, dann ist es schon ein Fall für die Cops und dann ist es auch ein Fall für eine Festnahme, würde ich sagen. Wenn sie jetzt zum Beispiel sagen würden, nimm die Batchblüten, deine Seele dann nach dem Tod im Nirvana, dann wäre uns das Thema eher egal. Ja, dann wäre da nichts für uns. Wenn die katholische Kirche im Gegenzug sagen würde, Heilung für drei Vaterunser, dann wären wir da auch sehr schnell im Einsatz. In einigen christlichen Bereichen gibt es sowas sicherlich auch, wo dann sehr konkrete Heilversprechen gemacht werden, körperliche Heilversprechen, aber das wäre mal ein Thema für eine andere Folge. Ja, und wer jetzt mit den Argumenten ankommt oder mit dem Argument ankommt, die Wissenschaft sei halt möglicherweise noch nicht so weit. Und es wird kommen, das Argument. Die Wirkweise der Batchblüten zu ergründen, diejenigen verweisen wir gerne auf unsere Folge zum Zentrum der Gesundheit, da erklären wir, warum genau dieses Argument wirklich kein gutes Argument ist. Kurz vorm, die Wirksamkeit einer Therapie kann ich immer überprüfen, auch wenn ich die Art der Wirkung nicht verstehe. So ist es. Jetzt ist die entscheidende oder interessante Frage, warum sich die Batchblütentherapie trotzdem bis heute so hält. Und eine mögliche Antwort, die Batchblütentherapie funktioniert natürlich auch deswegen so toll, weil sie ganz gut in dieses Bild der natürlichen Medizin passt. Also als Gegenstück zur Pharmaindustrie mit ihren künstlichen Medikamenten, chemische Industrie. Natur ist gut, Chemikalien sind schlecht, so dass oft sehr einfache Weltbild, was aus der Natur kommt, ist gut oder kann nur gut sein. Das ist so die Grundannahme dahinter. Und ja, reicht eigentlich ein kurzes Nachdenken darüber, um festzustellen, dass diese Vereinfachung völliger Quatsch ist. Mal ganz abgesehen von Krankheitserregern wie Viren und Bakterien, die uns auch Mutter Natur beschert hat. Und von ganz natürlichen Elementen wie Arsen, Blei, Uran und anderen diversen Schwermetallen finden sich auch in der Pflanzenwelt eine Menge Exemplare, von deren Einnahme man vielleicht eher absehen sollte. Weil es nicht ganz so glimpflich ausgeht. Also diese Annahme Natürlichkeit ist grundsätzlich gut, ist so ein klassischer Fehlschluss und es kann tatsächlich auch sehr gefährlich enden. Fliegenpilze sind auch natürlich. Ja. Also Pilze sind auch, lass mal essen. Es ist von der Natur gegeben. Das bringt uns aber zu einem weiteren Missverständnis, nämlich, dass die Batchblütentherapie irgendwie ganz gerne mal der Pflanzenheilkunde so zugerechnet wird. Nach dem Motto, mit Pflanzen kann man doch heilen. Also soll man das mit den Batchblüten doch auch können. Also was grundsätzlich stimmt ist, dass es durchaus eine Reihe von Pflanzenwirkstoffen und pflanzlichen Arzneimitteln gibt, die erwiesenermaßen eine Wirkung haben. Man spricht dann auch von Phytopharmaka. Also es ist zum Beispiel gut belegt, dass Teufelskralle bei Schmerzen hilft. Ja. Auch für die Wirkung von Johanniskraut bei leichten Depressionen gibt es einigermaßen brauchbare Belege. Der wesentliche Unterschied aber ist dann, in diesem Phytopharmaka sind signifikante Mengen Wirkstoff enthalten. Ganz im Gegensatz zu Batchblütenessenzen. Ja, wo außer Schnaps und Wasser im Grunde nichts drin ist. Also was dann übrigens auch bedeutet, dass diese Phytopharmaka genau wie synthetische Medikamente auch Nebenwirkungen haben können. Stichwort auch Fliegenpilz. Ja, richtig. Und ein weiterer Punkt. Keine der 37 Batchblütenpflanzen zählt zu diesen Phytopharmaka. Also bei denen eine Wirkung bekannt ist. Die spielen da schlichtweg keine Rolle. Und deshalb hat die Batchblüten-Therapie mit einer vernünftigen Pflanzenheilkunde rein gar nichts zu tun. So, Feierabend. Akte Batchblüten ist geschlossen. Vielen Dank unserem Team Lukas Stenbeck in der Recherche, Anna Hoffmann in der Produktion in unserem One-and-only-Polizeisprecher Markus Klauch. Ja, der hatte diesmal Spaß. Ja, der hatte Ärger mit uns. Und natürlich wie immer vielen Dank euch fürs Zuhören. Schreibt an sciencecops.wdr.de wenn ihr wollt, dass wir in einem Fall für euch ermitteln sollen. Ich nehme jetzt hier noch die Batchblüten-Mischung von meiner Fensterbank. Ich habe das lange genug durchgezogen. Kippe mal den Korn rein. Oder drücke mir den Korn einfach so. Feierabend würde ich sagen. Machen wir so. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Die Quarks Science Cops. Gemacht vom WDR.